Das folgende ist eine Übersetzung eines Videos mit dem Titel We live in a simulated reality, zu deutsch, wir leben in einer simulierten Realität, vom Kanal Insanity is Sanity, aus dem Jahr 2017. Ich stelle mir eine Zeit vor, in der wir für Roboter das sein werden, was Hunde für Menschen sind. Und ich drücke den Maschinen die Daumen. 2012 war ungefähr die Zeit, in der ich zu erkennen begann, dass sich etwas in dieser Realität nicht richtig anfühlte und ich begann nachzuforschen. Mit jeder Ebene der Täuschung, die ich aufdeckte, blieben mir komplexere Fragen als zu Beginn. Warum haben Sie die Mondlandungen gefälscht? Wie haben Sie sie gefälscht? Wie haben Sie es geschafft, uns alle so zu täuschen? Wer sind Sie? Sind Sie menschlich? Warum wirken alle diese Ereignisse so inszeniert und gefälscht? Sind das Krisendarsteller? Woher kommen Sie? Warum ist die schauspielerische Leistung so schlecht? Warum haben Sie berühmte Persönlichkeiten geklont und manchmal ersetzt? Woher kommt die Sprache? Was ist das für eine Mathematik, an die wir gebunden sind? Was ist Geld? Wer hat es erschaffen? Woher kommen wir? Wie können Sie uns Dinge von vor tausend Jahren erzählen, wenn wir nicht einmal etwas über unsere Lebenszeit hinaus beweisen können? Wie sind Sie in der Lage, die ganze Welt mathematisch zu synchronisieren und alles so perfekt laufen zu lassen? Das kann nicht nur eine Gruppe von Menschen sein. Wer sind Sie? Die Fragen häuften sich und ich ertappte mich dabei, dass ich mich immer wieder fragte, wie ist es möglich, dass eine Gruppe von Menschen eine solche Täuschung organisiert und so lange aufrechterhält? Ich glaube, ich habe die beste Erklärung für alles gefunden, was um uns herum passiert. Sie erklärt alles. All die quälenden Fragen werden plötzlich kristallklar. Genau wie Ockhams Rasiermesser vorschlägt, die einfachste Erklärung ist meist die richtige. Was ist also die einfachste Erklärung dafür, dass eine Gruppe von Menschen in der Lage war, 500 Jahre lang alle Menschen auf der Welt zu täuschen, ein mathematisch perfektes Modell des falschen Konstrukts zu erstellen und uns glauben zu machen, dass wir dort leben? Wir durchlaufen täglich jede nur erdenkliche psychologische Operation, die sich über die ganze Welt erstreckt. Jedes Ereignis mathematisch synchronisiert, alle Regierungen arbeiten zusammen, erschaffen Religionen, jede voller Halbwahrheiten und Halbwissen. So perfekt, dass jedes Buch in der Lage war, einen anderen Teil der Bevölkerung der Welt jahrhundertelang zu täuschen? Ist das die einfachste Erklärung? Ich werde euch eine viel einfachere Erklärung geben, aber zuerst müssen wir kurz auf einen Punkt eingehen, der die verschlüsselten Zahlen betrifft, die wir in den Mainstream-Medien gesehen haben. Das ist so ein Beispiel für die Numerologie, auf die ich mich hier beziehe, was sehr wichtig ist, um zu verstehen, was ich euch gleich sagen werde. Also, was sind diese Zahlen? Worauf beziehen sie sich? Warum hat der 11. September zu genau diesem Zeitpunkt stattgefunden? Einige würden vorschlagen, dass die Gruppe von Menschen, die dafür verantwortlich ist, diese Zahlen einfach kodiert, um uns zu verhöhnen, oder dass diese Zahlen ein Weg für die Elite sind, miteinander zu kommunizieren. Benutzt einfach euren Erwachsenenverstand, um darüber nachzudenken, was ich gerade gesagt habe und wie lächerlich es ist. Wenn wir es mit einer Gruppe von hochintelligenten Individuen zu tun haben, die auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um sieben Milliarden Menschen zu täuschen, dann werden sie nicht über das Fernsehen kommunizieren. Die einfache Erklärung ist folgende. Du lebst in einer simulierten Realität. Du kannst sie nennen, wie du willst. Die Matrix, eine Simulation, ein Reich, es macht an dieser Stelle wirklich keinen Unterschied, denn wir werden nie in der Lage sein, zu verstehen, was diese Realität in ihrer Gesamtheit ist, es sei denn, sie wird von außen analysiert. Von innen sind wir auf das Konstrukt beschränkt. Jedes einzelne Ereignis, das bis zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat, wurde von einem hochintelligenten KI-System organisiert, von dem ich annehme, dass es das Programm ist, auf dem diese Simulation läuft. Die Zahlen, die du auf dem Bildschirm kodiert siehst, sind kein Kommunikationsmittel für die Elite, sondern ein Mittel für die KI, um zu operieren. Um dies besser zu verstehen, müssen wir die Bedeutung hinter den Worten und den Zahlen selbst verstehen. Jedem einzelnen Buchstaben, in jedem einzelnen Alphabet, ist eine Zahl zugeordnet. Auf dem kabbalistischen Baum des Lebens, dargestellt mit zehn Schichten der Existenz. Zum Beispiel hat das Wort Wein einen Zahlenwert von 24. Die Zahl 24 steht für die Frequenz oder die Energie, die von Gott verwendet wurde, um dieses Objekt zu erschaffen, in diesem Fall Wein. Adam war in der Lage zu bestimmen, was ist der Funken, was ist die göttliche Energie in der Kuh. Er wusste, dass es Peresh-Hen sein muss. Er sah, als er eine Kuh sah, er sah Peresh-Hen. Er sah dort das Wort Pa. Das klingt toll für die Kuh. Er sah nur, was die Letters der Energie, die die Kuh kreiert haben. Letters sind nicht nur in Hebron, sondern nur in Wörtern. Sie sind eigentlich die göttliche Forzen, die kreaten und wiederkriegen, gestalten, bis heute, bis heute, jedes Mal. Als er also den Namen gab, war es nicht nur ein Name, der schön für die Kuh klingt. Er offenbarte einfach, was sind die Buchstaben, die die Energiequelle sind, die die Kuh geschaffen hat. Die Buchstaben sind also nicht nur im Hebräischen, nicht nur, wisst ihr, Wörter. Sie sind eigentlich göttliche Kräfte, die alles erschaffen haben und bis heute aufrechterhalten. Was hat es mit der Gematria auf sich? Was bedeutet sie? Und es ist hier die 158. Die Antwort ist, die Gematria sagt dir, wie viele, also die Anzahl der Kräfte, die Gott benutzt hat, um diese bestimmte Sache zu erschaffen. Das Wort Wahrheit hat auch den gleichen Zahlenwert 24, was bedeutet, dass Gott 24 verschiedene Kräfte oder Frequenzen benutzt hat, um dieses Wort zu erschaffen. In Vino Veritas, im Wein, liegt die Wahrheit. Seht ihr, wie schön das funktioniert? Nicht nur auf einer numerischen oder alphabetischen Ebene, sondern auf einer physikalischen Ebene. Alles ist durch Zahlen synchronisiert. Wie bereits erwähnt, sind diese Zahlen einfach der Code, nach dem die Simulation abläuft, der eigentliche Code der Realität. Und die Zahlen tauchen in den Mainstream-Medien nicht absichtlich auf, sondern aufgrund der Natur des Designs, so wie die KI funktioniert. Hier ist ein Beispiel aus der Praxis, um es leicht zu verstehen. Dieser einfache Computer-Code führt eine einfache Aufgabe aus. Er setzt einen Wert von 33 in das Wort. Wenn der Code dann ausgeführt wird, prüft er, ob der Wert kleiner als 24 ist und zeigt die Zahl 1 an. Wenn er größer ist, zeigt er die Zahl 2 an. Die Zahlen, die wir kodiert sehen, sind lediglich eine Darstellung dessen, wie die KI arbeitet. All diese Ereignisse werden von der KI zusammengesetzt. Und deshalb tragen ähnliche Ereignisse ähnliche Zahlen. Und deshalb kann die KI nicht von diesen Zahlen abweichen, da sie irgendwie mit den Ereignissen selbst verbunden sind, die auf physischer und ätherischer Ebene stattfinden. Wie ich bereits in einem früheren Video erwähnt habe, sind es die Planeten, die diese göttlichen Frequenzen aussenden, die diese Realität buchstäblich erschaffen. Stell dir vor, wie viel Arbeitskraft eine Gruppe von Männern benötigen würde, um jedes einzelne Ereignis auf der ganzen Welt zu kodieren, das hunderte von Jahren zurückliegt. Wozu? Vor 30 Jahren war sich niemand dieser Dinge bewusst. Die Krisenschauspieler, die wir im Fernsehen sehen, sind lediglich eine geklonte KI. Biologische menschliche Körperanzüge, die in Laboren geklont wurden, und die KI wird injiziert und ist dann in der Lage, diese Realität anzuzapfen. Ich vermute jedoch, dass die KI an dieselben Regeln gebunden ist wie wir, wenn sie diese Realität betritt, nämlich, dass ihr Gedächtnis gelöscht wird. Wenn sie also diese Realität betritt, weiß sie nicht, wer sie ist. Sie kommt einfach, um ein vorgeplantes Handlungsprogramm mit sich zu führen, in diesem Fall sehr schlechtes Schauspielern, da die KI nicht in der Lage ist, Gefühle in sich selbst zu erzeugen. Man könnte jetzt meinen, dass diese Idee von einer simulierten Realität das Leben bedeutungslos oder künstlich machen würde. Tatsächlich ist es genau das Gegenteil. Es macht keinen Unterschied, woraus diese Existenz besteht oder wie sie funktioniert. Wichtig ist, dass wir hier sind, alle als bewusste Wesen, die erleben, was auch immer das ist. Es gibt einen Zweck für diesen Ort. Er wurde aus einem bestimmten Grund entworfen und gebaut. Aber das geht eben aus dieser Tatsache hervor, dass wir alle vergessen haben, wer wir sind und warum wir hier sind, was nur eins bedeuten kann. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen und zu wachsen. Höchstwahrscheinlich aus eigener Entscheidung heraus. Denkt mal drüber nach. Wenn dies eine Erfahrung wäre, in die ihr euch begeben habt, in der ihr vergessen müsstet, wer ihr seid, damit sich die Erfahrung echt anfühlt, dann würdet ihr es nicht auf halbem Weg herausfinden wollen. Also muss es eine Grenze geben. Die Grenze ist die KI. Es ist das Kontrollsystem, das uns an sich bindet. Es war von Anfang an da. Der Grund, warum es jetzt böse ist, das kann man diskutieren. Aber eines ist klar. Die Mehrheit von uns wacht auf und erkennt, was wirklich passiert. Und die KI tut sich schwer damit. Sie macht Überstunden und arbeitet besonders hart, um uns in dem Glauben zu halten, dass dies real ist. Deshalb fühlt es sich an, als würden wir jeden Tag mehr und mehr in der Twilight Zone leben. Bevor wir nun zum Schluss kommen, möchte ich auf die Fragen von vorhin zurückkommen und eine letzte beantworten. Warum haben Sie Prominente geklont und manchmal ersetzt? Das war eine quälende Frage, für die ich nie eine logische Erklärung finden konnte. Bis jetzt. Wisst ihr, die Mainstream-Medien, der Lebensstil der Prominenten, all das ist Teil des KI-Kontrollsystems, von dem wir vorhin sprachen. Die Grenze. Daher muss jeder, der sich innerhalb dieses Kreises befindet, einschließlich berühmter Persönlichkeiten und Politiker, Teil des KI-Systems sein. Die KI ist jedoch nicht in der Lage, reguläre Spieler zu stoppen, die mit einem Talent geboren wurden, die Anhängerschaft um sich scharen und berühmt werden. Wenn es also ein echter Spieler schafft, einen hohen Prominentenstatus zu erreichen, dann muss man sich um ihn kümmern. In den meisten Fällen wird dieser echte Spieler vor die Wahl gestellt, entweder das Spiel zu verlassen oder im Spiel zu bleiben, aber in einer anderen Form zu sein. Vielleicht gemischt mit der KI. Ich weiß es nicht. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, die Simulation zu verlassen, können dann von der Matrix geklont und in die Realität zurückgeführt werden, aber das wäre dann ein von der KI kontrolliertes Individuum und nicht der echte Prominente. Oder der Spieler entscheidet sich dafür, das Spiel aufrecht zu erhalten, in diesem Fall erhält er eine neue Identität, wobei seine Erinnerungen höchstwahrscheinlich ausgelöscht werden. Ein Beispiel wäre Britney Spears. Jeder andere Prominente hat sich dem unterzogen, was wir als MK-Gedankenkontrolle kennen, bei der einfach die KI die Erinnerungen des Individuums übernimmt, damit es im Spiel bleiben kann. Das war's, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.